Ja Hallo Hallo Mhhh Alles klar Nein Kalle Oh das auch ne schöne Frau Mhhh Kalle jetzt hör auf hier rum zu flirt Ok 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 gut also dann komm gut Also gut also Zwei schöne Frauen Mhhh Hallo Schätzelein Also das hier ist die Anna, eine schöne Frauen Die Isabel Noch ne schöne Frau Und hier ist ein hässlicher Mann Die zerknüllen, zerrierten und machen daraus Knödel Schnitzel Cool da werden die Kinder klein geschnetzelt Jetzt nicht äh 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 Das wird cool Das wird cool, genau Ne 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 Doch, Kalle, weil ich... Nee, 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 nee. Ich muss jetzt auch noch weiter... Nene ne 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 du gehst den Kosschlag. Ja da, 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 da. Dann, dann musste ich nur als für kleine Jungs hieseln. Strullern. Eine Stange Wasser ins Eck stellen. Pipi machen. Da habe ich getieselt. Gestrullert. Eine Stange Wasser ins Eck gestellt. Da war ein nasser Löwe. Ich hab den angetieselt. Du warst voller Rohr. Volles Rohr. Der war vielleicht nass. Der sah aus wie ein gegossener Bude. Das war ein geschissener Tag. Wir beten für dich. Und grüß auch noch deine Schwester, dein Lästerschrein. Nein, das ist ein Lästerschrein. Ach so. Ja. Okay, wir beten für dich. Du gehst in Kothar.